Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns! Ho, ho, ho! Herzlich willkommen bei Sweet Shake Sundays. Was möchtest du bestellen? Hm, es gibt so viel auszuprobieren. Aber ich denke, ich nehme den üblichen Ho-Ho-Holiday-Sweet Shake. Kein Problem, Roxy. Ein Venti Candy Can Kürbisgewürz-Shake mit extra Streuseln kommt sofort. Das ist so lecker! Glam Glam, was nimmst du? Oh, ich weiß nicht. Scruff, überrasch mich doch mit etwas Festlichen. Oh, wow. Freie Hand am Shake-O-Matic. Ich dachte, dieser Tag würde nie kommen. Hm, das stand definitiv nicht im Rezeptbuch. Hä? Wow. Hat jemand Shake gesagt? Wir lieben Shakes. Äh, seid ihr aus der Shake-Maschine gekommen? Wir sind die Sweet Shake Rainbow Corns aus Sweet Shake City. Eure Zaubermaschine hat uns hierhergebracht. Wo sind wir hier? Wir kommen in Rainbowville. Ich hab noch nie einen Sweet Shake Rainbow Corn getroffen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wieso machst du mir nach? Wieso machst du mir nach? Entschuldigung, das ist keine Sweet Shake Sache. Ich habe genau das Richtige für euch. Das war unglaublich und es war toll, euch alle kennenzulernen. Aber es ist Zeit für uns, uns wieder auf den Weg nach Sweet Shake City zu machen. Es tut mir leid, Leute. Aber ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit passieren wird. Weihnachtsabend wäre in einem neuen Land. Wir sind dabei. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten von den Rainbow Corns. Rainbow Corns. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns. Rainbow Corns.